So, willkommen meine Freunde zu einer neuen Aufnahmesession von Diablo 2, Lord of Destruction. Mwahaha. Okay, äh, vorige Woche, beziehungsweise vorige Aufnahmesession, da, mensch, dann geh ich einmal wieder zurück ins Spiel hinein. Da haben wir, muss noch denken, ähm, die Höhle des Bösen betreten und die liebe Kasia, äh, bis sie geholfen und die Akara, äh, auch geholfen und alles mögliche und Pipapo und Tralala und, ja, was soll man jetzt, ähm, machen, was ist unsere nächste Aufgabe, das habe ich wieder komplett vergessen, äh, Questlogbuch. Gehen Sie durch den unterirdischen Durchgang zum Dunkelwald suchen Sie, Moment, dafür will ich gerne einmal noch einmal anhören. Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben, das schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Es gibt nur einen Weisen der Horror-Dream, der in den Geheimnissen von Geschichte... Ach, verdammt. Ah, okay. Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben, das schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Es gibt nur einen Weisen der Horror-Dream, der in den Geheimnissen von Geschichte und Legenden unterwiesen wurde und uns beraten könnte. Sein Name ist Deckard Cain. Ihr müsst nach Tristram gehen und ihn finden. Ich bete, dass er noch lebt. Gibt es sonst gar nichts? Ach, leckt mich doch. Heute, kann man... wie ein bisschen, äh, befragen gehen? Ja. Reda, suchen nach den Cain. Nach Tristram ist es zu Fuß viel zu weit. Cain wäre wahrscheinlich tot, bis ihr dort eintrifft. Aber es gibt ein magisches Portal, das euch im Handumdrehen dorthin bringt. Um es zu öffnen, müsst ihr euch in den Kreis der Monolithe stellen und sie in einer bestimmten Reihenfolge berühren. Die richtige Reihenfolge verraten die Runen, die in die Rinde des Innifusbaumes geritzt sind. Ihr müsst den heiligen Innifusbaum finden und seine Rinde zurückbringen. Ich werde die Runen übersetzen und das mystische Muster der Steine enträtseln. Ja, und wo ist der Innifus-Titilalusbaum da? Ach, Mensch. Na, da ist das Blutmoor. Da ist eh nichts mehr. Soweit ich weiß. Da kann ich ein bisschen rennen. Okay, gehen wir zur kalten Ebene. Das kann ich wirklich... Wow. Ja, hallo. Wow. Wow, 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 wow. Okay, alles gut bleibt. Okay, alles gut bleibt. Wow, viele Heldtränke habe ich bekommen. Ja, nicht schlecht. Okay, da wäre... Ah, Gesundheitsbrunnen. Du stirbst mir auf jeden Fall. Als Erster ist er ob... Mein lieber Scholli. Moment kurz, ich muss wieder mal kurz was gucken. Ah, okay. Outer City läuft noch. Perfekt. Ja, ich muss jetzt ein bisschen schauen. Na egal. Okay, da ist nichts... Wucht, da ist eine Truhe. Und ja, ja, ich wäre... Äh... Hier, die Karte auf Minikarte machen. Kommt man sich wieder auf. So. So ist... So ist besser, finde ich. Du stirbst, mein lieber... Oh, Ausdauertrank. Sehr gut. Da war mir etwas zu heftig. Das fällt der... Das fällt der Stein. Ich bin überladen. Aha. Die Fände sind doch eh nicht so stark. Okay, okay, was habe ich denn überhaupt? Verdammte Kacke. Äh. Natürlich habe ich den größten Scheiß da. Die kein Schwein braucht. Kurzschwert. Was habe ich denn da? Verziertes Kurzschwert. Äh, nä. Oder... Lass ich noch durch die Bolzen raus. Äh, ja. Verdammt. Tue ich so. Ja, das ist doch etwas blöd vom Spiel... Vom Spielmacher her. Weil... Ich hab extrem wenig Platz. Äh, mal ein bisschen Platz machen. So, jetzt haben wir etwas für die größeren Gegenstände. Was haben wir noch... Viel sind sonst... Naja. Na, okay. Da hat sich wohl... Uh, was haben wir denn da? Ach du Scheiße. Ja, nicht schlecht. Ein Diamant. Sag mal. Das ist ja mitnehmer... Oh, ein Häuschen. Eine Tür... Keule... Und Schriftleiter... Ah, perfekt. Wow. Was ist mir jetzt kurzer Schro... Ich bin überladen. Was ist mir jetzt kurzer... Cutter. Ach so, das ist eh nur für die... Äh, Assassin... 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 Okay. Hä, hä, hä. Äh, was geht's denn da, der Schüt... Ja, no, nur Zombies. Uh, was haben wir denn da? Schreien der Erfahrung. Perfekt. Uh. Toter Jäger. Ah, Ring. Unser erster Ring. Ich kann nicht. Was? Na, das ist jemand. Da ist der Ring. Okay. Kälte wieder... Na, na, okay. Es hat sich jetzt nicht zu viel Zeit gemacht. Ja, okay. Stirp. Stirp, du hast sie. Jawoll. Und jetzt gibt's hab ich sie. Und hier. Ja. Und hier. Äh, was haben wir denn da? Schreien des Kampfes, das will ich lieber nicht betätigen. Man, jetzt haben wir ein bisschen dauert. Ich brauche einen Schlüssel. Ah, okay. Äh, ähm, 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 ähm. Ähm, ähm, ähm. Fällt, der Steine... Ähm, ähm, ähm. Wo ist der, äh, Inifussbaum? So ist mal ein normaler Brun. Äh, ähm, 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 ähm. Butten, Bolzen, braucht er kein Schwein. Ah, so. So. Ach, schon level up etwa. Cool. So, und... Energie. Okay. Ja, ist klar. Huch, was habe ich denn da? In Sprung und da ist... Wenn zwei Waffen in Benutzung sind, werden sie mit... ...möglich zwei Ziele angreifen oder ein Ziel. Ullala! Ja, das ist mal nicht schlecht. Gut für mehrere Gegner. Hallo? Ist okay? Okay. Na gut dann, aber ich brauche kein Schwein. So. Was haben wir denn da? Ich kann nicht noch mehr tragen. Stiefel. Da. Na, die will. Danke. So, so, so. Und die Riftrolle mal wieder. Sehr gut. Wollt. Wo ist es ist? Boah.